Ich bin komplett Kugelschreiber-Fanatiker, wie ihr hier seht. Beim letzten Video, als ich euch meinen eigenen Kugelschreiber vorgestellt habe, haben viele den Kugelschreiber-Emoji gepostet. Nun ist es so, ich habe weder die Zeit noch die Expertise, um diesen Kugelschreiber massenhaft zu produzieren. Also kam ich auf eine Idee. Meine absolute Lieblingskugelschreiber-Firma ist Tactile Turn. Von ihnen sind auch diese beiden Kugelschreiber. Die produzieren richtig hochwertige Kugelschreiber. Nun, wenn ihr dieses Video 5000 Mal liked, dann werde ich sie kontaktieren und schauen, ob ich mit ihnen meinen eigenen Kugelschreiber produzieren kann. Falls ihr Kugelschreiber ebenfalls mögt, dann liked und abonniert.